Das ist das, was ich meine. Daher bin ich mal gespannt. Wir klären das. Wenn da nicht unbedingt ein Cheater in der Lobby ist, dann klären wir's. Tja, das kann man aber leider nicht so ganz ausschließen, wenn ich dabei bin. Das habe ich auch mit dem Streamer gespielt. Wir waren halt brutal hier unten. Ein Team ist mit runtergekommen. Da einer ist runtergesprungen. Weißt du, wo die anderen sind? Das tut du was? Nee, ich seh nix. Oh, hier unten bei Titten. Na, hau. Da ist noch mal drin. So, einer ist weg. Team Vibe? So, ich danke. Lass mal das Bounty unten annehmen. Ja. Sagen eine Mini-Drohne. Lass dann rechts lang gehen. Ja, genau, wo du hier bist. Hier ein paar Kisten mit. Dann können wir den Tilbert ja wiederholen. Ja. Oh, da ist eine rote Kiste. Die haben wir vergessen. Die wird natürlich mitgenommen. So, ich lauf schon mal. Ich hol mal Tilbert. Okay. Okay. Schade, dass er kein Mikro hat da. Tilbert, Englisch. Ich denke, er hat sie aus. Ich werde hier gelootet, oder? Oh, just a fish. Hier ist auf jeden Fall ne Totenstille. Das schmeckt. Also... Hier ist auf jeden Fall noch nicht gelootet. Weht ja nicht mehr. Wird so weit fürs Geld zusammen haben. Lass lo die mal. Ja. Ausrüstung markiert. Wir haben Lodi zusammen. Lass noch kurz Ende looten. Wir haben den Dings vor uns. Ja, schade um das. Das Glas breitet sich aus. Cash. Die kommen rauf, glaube ich, oder die hauen ab. Mal beobachten. Mhm. Mhm. Ne, die sind abgehauen. Ich will dann Lodi holen. Okay. Ist unten oben ne Hebelstand? Ja. Ich bin unten. Bestätige Geldlieferung. Feind hat eine verbesserte Drohne gestartet. Wir sind ungeschützt. Ist ne Drohne heute auch noch? Mhm. Ausrüstungslieferung ist doch... Vorne raus. Bitte. Ja. Vorne raus. Ja. Siehste? Wir snipen schon. Da nehm ich jetzt auch Sniper. Er hat mich getroffen. Du bist der Beste. Also... Ich habe Legenden gehört von einem Jinx, aber... Ja. Holst du ihn dann wieder? Ja. Okay, er ist raus. Was ist denn der raus, der Idiot? Keine Ahnung. Das hat auch keinen Bock mit dem Jinx hier zu spielen, der passt. Ja, gute Frage. Bestätige Geldlieferung. Hier ist Anferung. Hier ist eine Tüte. Ich komme. Hier ist Anferung. Ja gut, jetzt müssen wir halt anders spielen. Wir müssen jetzt für... Selfies auf jeden Fall sparen. Tüte schmeckt. Wo ist denn der Tote hier? Wo ist denn der hingekrochen? Hier ist die... Sau. Die hatten schon eigene Waffen. Hier ist noch ne Bullfrog. Ne, ich habe jetzt ne Bullfrog. Ich glaube, der hatte die FFR gezogen hier. Wir könnten ja noch Startposition gehen. Dann Flagge eventuell. Gucken wo die springt. Oder wir bleiben dann oben. Zweit lieber ein bisschen campen, als dass wir hier drauf gehen. Ja. Steps? Jo. Direkt hier wo ich hingucke. Bin unterwegs. Ein und weiter. Noch mehr Steps? Bin unterwegs. In zwei. Ja. Ich versuche mich zu verpissen. Kann nichts machen. Das sind noch mehr Teams. Mhm. Ich kann nichts nicht machen. Tut mir leid. Nö, ist gut. Das ist noch ein zweites Team. Okay. Gut, dann, ähm... Gucke ich mal, ob ich aus dem Gulag rauskomme. Ja. Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Schmerzen. Der Kampf geht los. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Du bist dran, Kumpel. Du bist dran, Kumpel. Ach, was wird sie hier? Hm. wieso musste eine spaß bei uns rausgehen ich verstehe es nicht wieso geht man raus vielleicht hat man mal gerufen wenn man wiederbelebt wird vollidiot ich komme wieder stadion ist nicht sicher oder wegen loadout beim loadout kannst du klicken ich versuche mal zu meinem staff oben aufs dach zu kommen mal gucken ob die noch da sind oder was die gemacht haben ja da ist ein wechsel wollen zusammen boxen ist alleine auf dem dach ja ok wir können so ein bisschen steifel runtergehen und dann in boxen hatte der weg runter der wird beschossen wahrscheinlich vom hoch aus drüben ja da hinten also aufpassen ich lande jetzt unten ich gucke dass ich auf mein zeug wieder rankomme ich habe problem irgendein hoch aus siehst du da was aber deine tippe ist ja auch hinter dir irgendwo ne der untergesprungen ist ich muss gucken ich ich steppes ja ich auch ja hier drinnen zwei ja ist klar keine chance kam jetzt beide mit dem messer ja ohne geist jetzt könntest du es halt vergessen woher kommen die snipes hm vom torm oben hoch aus hm ja da hinten ist der andere da unten unter dir ist er auch ja 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 Vielen Dank. Ein bisschen krasser Held. Ich lande jetzt mal beim Low-Dart. Naja, ich würde nicht sagen, dass ich krasser Held bin, aber... Naja, du hast jetzt drei Teams oder so ausgelöscht. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. So, Zeich gibt es ja da hinten genug. Muss ich auch noch hinkommen. Naja, ich muss auch gleich nochmal hin zum Low-Dart. Fuck. Ich hole Low-Dart schnell. Ich schmeiß mal schnell hier so eine Muni-Box. Das Auto hinter mir, aber... Hier ist es außen. Ich komm wieder hoch. Lass dann hoch, Boomer. Lkw kommt. Ja. Ich geh auch hoch. Lass grads hoch und dann kann man das doch mal sammeln. Bist du ganz oben? Noch nicht. Jetzt. Da musst du aufpassen, die Tafel, ne? Ja, ich leg mal so einen Blick an. Ja, mach mal. Mach mal. Ich hab die vermint hier. Eine Treppe. Eine Treppe. Muss mal gucken, was in der Zone sein wird, was nicht. Da hinten wird noch in der Zone sein. Hier sind welche. Da hinten, bei der Feuerwehr. Kau. Na komm schon. Was für eine Geburt. Der Pferd hier drinnen? Was ist mit ihm nicht richtig? Was ist mit dem von Grün? Ähm. Wo war? Da seh ich keinen. Ich hab da einen bei der Feuerwehr hier. Ach, da hinten. Ich seh ihn. Was heißt da hinten? Direkt bei Grün schleicht einer. Ist jetzt in dem weißen Container drinnen. Rennt grad raus. Wieso seh ich ihn nicht? Ich markiere nochmal. Zwei. Dach da hinten. Sind jetzt in den LKW. Ne, ins Auto. Shepwack. Was macht er? Muss nachladen. Oh, hier müssen noch mehr Leute sein. in den dela 언�aks zu strafen. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Beschuss. Snipes. Der Fre했어 hat dich verloren. Und du bist sicher. Ein', demolk hoch aus. Hoch aus, ja ich hab runter, ich hab runter. Ich hab runter, ich hab runter. Whole diplap.. Is one shot gewesen, Digger. Ich hab Luw die Platten? Ich hab original einen HP. ich springe ab zu dreid ich habe geheißte ich komme werden uns open field arbeiten müssen dabei ja ich habe leider die minen oben liegen lassen wir müssen dass man hinten gucken am besten mit der zone sind die nach farmland geflogen oder was weiß ich nicht hast du laser bei dir dran ja rot ok das schnulli ist da können wir gleich dreier machen schön teuer ok wenn wir gleich aus dem stadion raus sind können wir action erwarten also hier sehe ich nichts auf der seite stadion sehe ich auch nichts da hinten wurden wieder gekauft welche aber wir müssen uns gleich halt hier vorarbeiten ja ja ist nicht schlimm ist nicht schlimm das ist schlimm ja aber es wird doch geklustert bei uns lkw da hinten ja nichts machen wen haben die geklustert den lkw vielleicht wir wurden hier bei uns vor dem cluster geklatscht ok dass er aufs stadion lkw kommt ich habe monibox raus weil ich minen bei der miet ist gut kipo mod lass hier lang ich kilo ja du erhältst deine ausrüstungslieferung oh gleich habe ich eine strella aber aufpassen erstmal ankommen meinst du die brauchst du die strella da wird vielleicht ein lkw da ist noch eine platte von links kommen safe noch welche da sind noch welche bleib ich erstmal liegen wo ist denn der lkw hin der lkw ist mit die zone gegangen siehst du irgendwas ich sehe aktuell gar keinen ich sehe schüsse die da in die richtung gehen also hinter dem berg aber ich habe die vermutung dass wir einfach gleich wenn ich sagen darf in den popo gefickt werden von der zone ja ja werden wir auch hier könnten welche hocken das gas breitet sich aus okay halb so wild halb so wild ich mach mal kurz die tür auf zum snipen das gas das gas seh ich nen scheiß ja halten wir mal welche wo müssen wir hin was ist in der zone hier müssen wir hin nehmen neue position ein ok links müssen wir aufpassen links sehe ich aber noch nichts die sind wahrscheinlich schon unten das gas kommt da haben wir ziemlich viel schutz das heißt ziemlich viel die sind halt im kessel drinne gell denkbar schlecht geh nicht zu weit fort damit hier müssen auch gegner sein hier das geht nicht anders ich hab einen weg wo ist der recht habe ich nicht gesehen ach scheiße kannst du mich beleben erstmal beleben nicht feiten nicht feiten geflaten der lkw wird die arbeit machen der lkw kommt gibt es noch nicht wir müssen hoch ja wir haben zwei szenarien entweder wir bleiben unten und hoffen dass die zone zu uns läuft oder wir gehen hoch aber wir müssen nur durchs gas rennen lass ich hier in den gewissen bleiben wir hoffen einfach nur einfach nicht bewegen ein bisschen schauen mal gerade wieder sauber also alle haben geist es ist aber ziemlich viele solos und duos wir sind das glaube ich einzigste duo glaube ich ein zwei duos die springt ja nicht unter die eine hat überfahren von hinten kann jetzt keiner mehr kommen von links nicht jetzt brauchen wir gasglück wir sind tot das laufen nicht in grün was 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 ist was 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 ist Ich gehe und schreie. 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 Ich gehe und schreie.